Hi! In dieser Session beschäftigen wir uns weiter mit Tonleitern und Tonarten und wie sie im Quintenzirkel angeordnet werden. Welche wichtigen Tonleitern gibt es neben der Dur-Tonleiter? Eine Tonleiter, die es neben der Dur-Tonleiter noch gibt, haben wir bereits einmal kurz angesprochen. Die chromatische Tonleiter besteht aus allen zwölf Tönen. Dur war die zweite Tonleiter, die wir kennengelernt haben. In ihr sind die Töne nicht chromatisch, sondern diatonisch, also in unterschiedlichen Stufen angeordnet. Wir haben es mit einer Stufenleiter zu tun, welche eine Oktave in sieben Stufen durchläuft. Darum spricht man auch von einer heptatonischen Tonleiter. Von den zwölf möglichen Tönen der chromatischen Tonleiter werden also nur sieben verwendet. Die übrigen fünf Töne gehören nicht zur Dur-Tonleiter. Dur kommt von Durum und das heißt so viel wie hart. Dur ist dein eigenes Tongeschlecht und wie beim Geschlecht des Menschen unterscheidet man auch in der Musik zwei Tongeschlechter. Das zweite Tongeschlecht nennt man Moll. Die Moll-Tonleiter ist ebenfalls diatonisch und heptatonisch. Molles bedeutet weich. Hören wir uns das harte C-Dur und das weiche Moll im Vergleich an. Zuerst Dur. Man kann auch sagen Dur klingt eher lustig und Moll eher traurig. Es gibt noch zahlreiche weitere Tonleitern, aber wir wollen uns in dieser Session hauptsächlich mit der Moll-Tonleiter beschäftigen. Wie sieht die Moll-Tonleiter genau aus? Ein Blick in die Noten zeigt, dass es für A-Moll keine Versetzungszeichen braucht. Man spielt einfach von einem A zum nächsten alle weißen Tasten und hat A-Moll. Ein Blick auf die Klaviatur zeigt, dass die Halbtonschritte zwischen der zweiten und dritten sowie zwischen der fünften und sechsten Stufe liegen. Und was stufenmäßig für A-Moll gilt, geht auch für alle anderen Moll-Tonleitern. Halbtonschritte zwischen der zweiten und dritten sowie der fünften und sechsten Stufe. Wie hängen C-Dur und A-Moll zusammen? Beide kommen mit den weißen Tasten aus. Sie brauchen also keine Vorzeichen. Darum nennt man A-Moll auch die parallele Moll-Tonart zur C-Dur. Es gibt zu jeder Dur-Tonart eine parallele Moll-Tonart. Es ist immer die mit den gleichen Vorzeichen. Die parallele Moll-Tonart steht immer auf der sechsten Stufe der Dur-Tonleiter. Man zählt von C sechs weiße Tasten nach oben und kommt dann auf A. Alternativ kann man auch einfach drei Halbtöne nach unten zählen. Dann kommt man auch auf die richtige Taste. Diese Zählweise ist aber nicht hundertprozentig korrekt, weil es zu enharmonisch verwechselten und damit nicht korrekten Ergebnissen führen kann, wie wir später noch sehen werden. Umgekehrt findet sich auf der dritten Stufe der Moll-Tonart der Grundton ihrer parallelen Dur-Tonart. Wo findet man die Moll-Tonarten im Quintenzirkel? Moll-Tonarten werden üblicherweise mit kleinen Buchstaben bezeichnet. Wir sehen hier die Moll-Tonarten im Quintenzirkel eingezeichnet. Man kann hier ablesen, dass zum Beispiel A-Moll die gleichen Vorzeichen hat wie C-Dur, nämlich keine. A-Moll ist die parallele Moll-Tonart zu C-Dur, die parallele Moll-Tonart von G-Dur ist E-Moll und so weiter. Wir können einmal stichprobenartig überprüfen, ob die Moll-Tonarten richtig eingetragen sind. Man müsste von der Dur-Tonart drei Halbtöne nach unten zählen. Zum Beispiel As-Dur. Zählen wir drei Halbtonschritte abwärts, G-Ges-F. Die parallele Moll-Tonart zu As-Dur ist also F-Moll. Noch einmal. Jetzt nehmen wir aber H-Dur. Wir zählen drei Halbtonschritte, H, dann B, A, As. Ist also die parallele Moll-Tonart von H-Dur As-Moll? Nein, ist sie nicht. Gis-Moll ist die parallele Moll-Tonart. Gis und As sind enharmonisch verwechselt. Wir müssen aber in diesem Fall die Kreuz-Tonart Gis nehmen, weil man streng genommen nicht drei Halbtöne nach unten zählt, sondern sechs Stufen nach oben. Und dann kommt man von H auf Gis. Man kann den Quintenzirkel auch in beide Richtungen noch weiter fortsetzen. Eine Quinteur als Fis ist zum Beispiel Cis. Cis-Dur hat sieben Kreuze. Man kommt auf diese Weise aber nur noch zu Tonleitern, die enharmonisch verwechselt sind mit Tonarten, die wir bereits im Quintenzirkel haben. Das sind ja bereits zwölf Dur- und zwölf Moll-Tonarten. In der Praxis werden normalerweise immer diese Tonleitern verwendet, damit man nicht mehr als sechs Vorzeichen machen muss. Welche Varianten der Moll-Tonleiter gibt es? Von der Dur-Tonleiter gibt es nur eine Variante. C-Dur ist C-Dur. Von Moll-Tonarten gibt es immer drei Varianten. Die natürliche Moll-Tonleiter, die harmonische Moll-Tonleiter und die melodische Moll-Tonleiter. Die Moll-Tonleiter, die wir bereits kennengelernt haben, ist die natürliche Moll-Tonleiter. Diese natürliche Moll-Tonleiter mit den Halbtonschritten zwischen den Stufen 2, 3 und 5, 6 ist auch die Grundlage für die beiden anderen Moll-Tonleitern. Wenn man einfach nur Moll sagt, meint man immer natürliches Moll. Und auch bei den Vorzeichen im Quintenzirkel geht es um die natürliche Moll-Tonleiter. Aber warum gibt es noch weitere Moll-Tonleitern? Dazu hören wir uns erst einmal die A-Dur-Tonleiter an. Wenn wir auf dem siebten Ton stehen bleiben, dann produzieren wir eine gewisse Spannung. Und es drängt uns förmlich danach, diese Spannung aufzulösen, indem wir das A spielen. Aufgrund dieser Eigenschaft nennt man den Ton auf der siebten Dur-Stufe auch Leitton. Denn er leitet zum Grundton, zur ersten Stufe hin. Hören wir uns das bei Moll an. Hier ist der vorletzte Ton weit weniger drängend als zuvor. Denn was den Charakter des Leittons ausmacht, ist, dass er einen Halbton unter dem Grundton steht. Und das ist bei Moll natürlich nicht der Fall. Es fehlt der Leitton. Wir haben keinen Halbton zwischen siebter und achter Stufe. Dadurch zieht die siebte Stufe nicht in den Grundton. Dieses Manko will die harmonische Molltonleiter beheben. Es wird die siebte Stufe mit einem Kreuz um einen Halbton erhöht. Damit schafft man einen Halbtonschritt hin zum Grundton und die Leittonwirkung kann sich entfalten. Hören wir uns den Unterschied an. Zunächst Moll natürlich und jetzt Moll harmonisch. Der Leittoncharakter ist da. Es sind in erster Linie harmonische Überlegungen, die uns den Leitton in Moll einführen lassen. Aber neben harmonischen Gründen gibt es auch noch melodische Überlegungen. Was uns nämlich jetzt stört, wenn wir eine Melodie in Moll harmonisch spielen, ist der große Abstand zwischen sechster und siebter Stufe. Durch das Versetzen der siebten Stufe ist eine große Lücke entstanden. Schauen wir uns einmal an, welche Abstände wir nun zwischen den einzelnen Stufen haben. Zusätzlich zum Halbtonschritt zwischen zweter und dritter und fünfter und sechster Stufe, die wir beim natürlichen Moll schon hatten, kommt nun auch noch ein Halbtonschritt zwischen siebter und achter Stufe hinzu. Und zwischen sechster und siebter Stufe haben wir die große Lücke. Ganze drei Halbtonschritte machen diesen Abstand aus. Diese Lücke ist melodisch gesehen recht ungünstig oder zumindest eigen. Der einen Halbtonschritt klingt irgendwie orientalisch. Dieses Problem wird bei melodisch Moll behoben. Bei melodisch Moll wird die große Lücke verkleinert, indem man ausgehend von harmonisch Moll die sechste Stufe erhöht. Dadurch wird der einen Halbtonschritt beseitigt. Wir haben lauter Ganztöne, nur zwischen zweter und dritter sowie siebter und achter Stufe haben wir einen Halbton. So klingt melodisch Moll. Abwärts wird melodisch Moll so gespielt, wie die natürliche Moll-Tonleiter. Was macht Moll zu Moll? Stellt man die drei Moll-Tonleitern nebeneinander, Moll-natürlich, Moll-harmonisch und Moll-melodisch, dann muss man sich fragen, was eigentlich den Moll-Charakter ausmacht. Wir können die hinteren Tonstufen relativ beliebig erhöhen und sprechen immer noch von Moll. Und Moll-melodisch unterscheidet sich nur durch einen einzigen Ton von der Dur-Tonleiter. Aber dieser Ton ist genau der entscheidende, die dritte Stufe. Was die drei Moll-Tonarten gemeinsam haben, ist die Anordnung auf den ersten fünf Stufen. Und hier unterscheidet sich Moll durch die dritte Stufe von Dur. Obwohl Moll-melodisch mehr Töne mit der Dur-Tonleiter teilt als mit Moll natürlich, entscheidet letztlich die dritte Stufe zugunsten einer Moll-Charakteristik. Bei allen Moll-Tonleitern beträgt der Abstand zwischen erster Stufe und dritter Stufe drei Halbtöne. Bei der Dur-Tonleiter vier Halbtöne. Der Abstand von drei Halbtönen wird auch als kleine Terz bezeichnet. Die kleine Terz macht den Moll-Charakter aus. Vier Halbtöne entsprechen einer großen Terz. Das macht den Dur-Charakter aus. Okay, das war's auch schon wieder. Fassen wir das Wichtigste zusammen. Zu jeder Dur-Tonart gibt es eine parallele Moll-Tonart. Beide haben die gleichen Vorzeichen. C-Dur hat keine Vorzeichen und seine parallele Moll-Tonart A-Moll auch nicht. Die parallele Moll-Tonart liegt auf der sechsten Stufe der Dur-Tonart. Es gibt nicht nur eine Moll-Tonleiter, sondern drei. Hören wir uns also die drei Moll-Tonleitern im direkten Vergleich an. Als erstes Moll-Natürlich, von der sich die beiden anderen Moll-Tonleitern ableiten. Sie hat Halbtonschritte zwischen der zweiten und dritten sowie der fünften und sechsten Stufe. Erhöhen wir die siebte Stufe, um die Leittonwirkung zu erhalten, so erhalten wir Moll harmonisch. Moll-Melodisch schließt die Lücke zur siebten Stufe, indem auch die sechste Stufe erhöht wird. So lässt sich auch in Moll der Leitton verwenden, ohne dass der Eindruck einer Lücke entsteht. Alles klar? Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.